Danach werden die Sitzung noch ein bisschen anleden. Kommt her. Okay, also einfach so eine Strauhe auszulehnen, und Matze, die lebt jetzt, heilt es so in den Holz. Und dann geben wir dann Matze eine Lesung an die Schamper. Hier öffnen wir die große Saal. Und dann, als er schon ein Streit zum Beispiel, den rapporteur hat dann das Gesetz. Wir geben uns ein gut gelauter, freundlich, an offene Politiker vor den Fischler. Wir geben uns Frieden, weil Politiker, die viel Empathie haben, das Ressort. Wir wollen ein Banier, in Deutschland, also an Medien, das alles voller Plastik, das Ressort. Das Ressort. Merken noch Ressort. Merken noch Ressort. Aber was können wir, oder was können wir denn, durch das Geld machen? Wir werden nicht mehr von Ressort. Wir werden jetzt etwas nicht geben. Aber ich fache. Wir werden jetzt noch ein paar Mal. Wir werden jetzt noch ein paar Mal. Wir werden jetzt noch ein paar Mal.